Die wird ja eine Krawatte haben. Die wird ja eh du Lästige geworden sein. Lili, wieso tust du dann nichts essen? Die muss eine Plage kommen von der Wiener. Ich muss schon besser tragen müssen, du Schlingel, du. Du, wie man so ein Kampfgrüßen bist. Ja, wo bist du für ein Kampfgrüßen? Ja, sag du mir, sag du mir. Und wir tun dann was essen. Brav sein, Roxy. Brav sein, Roxy. So ist fein. So ist fein, mein Tradi. Bist eh unser Herzi Pinki. Nun freilich und schon wieder wer da. Na, na, aber Sapperlod, gell. Sapperlod, sagt der Papa. Wem mittrat, bist du nicht für Nummer 7. Komm, Schmordi. Ja, ist ja unser Schmordi. Na, Freilich, unser Schmusibutzi. Na, Freilich. Ja, aber ein bisschen streng muss man sein. Na, Freilich. Pusti. 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 Von einem fanatischen Terroristen sicher nicht nehmen lassen. Pusti. Pusti. Ja. Vielen Dank.